Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das große Finale vom 150-Euro-Preisgeld-Turnier in F1-24. Wir steigen sofort ein hier ins Qualifying. Wer kann sich die Pole holen im ersten P3-Rennen? Wir sind sehr gespannt. Viel Spaß mit den Highlights der Folge. Dubska mit einer 1-12-5, Andy Kyros mit einer 1-13, Luca und Ben leider mit Problemen auf P4. Aber im Rennen ist trotzdem noch viel möglich. Wir haben gestern viele Überholmanöver gesehen. Auch von P5 ist jemand gestern auf P1 gefahren. Auf geht's hier ins erste Rennen. Das P3-Rennen startet. Dubska auf der Pole. Wer kommt am besten weg? Die Nächte gehen aus. Ab geht's jetzt hier. Wir schauen aus Bens Sicht rein. Oh, er hat das schlechte Start erwischt. Wir gehen doch hier nach vorne, nach Luca. Anfahren auf die erste Kurve. Dubska ist vorne. Außen der Red Bull. Luca, leichte Berührung. Was passt noch? Dubska muss hier ein bisschen abkürzen. Aber Track Limits natürlich auf streng. Wir schauen von Andy drauf. Ben muss ein bisschen abreißen lassen. Andy hier, neben ihm. Kann anbremsen, muss aufpassen jetzt hier mit der Außenseite genau. Nicht ihn irgendwie berühren. Nicht den Wagen verlieren oder eben reinrasseln hier in den Luca. Geht außenrum hier vorbei. Schafft es noch nicht ganz, ihn zu überholen. Jetzt hier in die nächste Kurve rein. Muss ich hier den einordnen. Oh, leichte Ausbrecher hier von Andy. Muss hier abreißen lassen. Ein bisschen auf Luca. Aber das Rennen ist noch lang. Ben ganz weit hinterher. Dubska schnellste Runde. Jetzt aber hier. Andy auf der Langgraden. Hat schon den Flügel noch nicht steil. Ja, hat noch nicht steil. Geht aber hier außenrum. Wir gucken von außen drauf. Oh, 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 oh. Beide nebeneinander. Wir gucken hier von Luca drauf. Der hier hinter Andy sich rankämpft. Wurde hier überholt auf der Langgraden. Windschatten macht da extrem viel aus. Sehr lange Gerade hier in Spanien. Und wenn jetzt gleich in der nächsten Runde der Flügel aufgeht, dann kann man da sehr, sehr viel rausholen. Oh, ein bisschen hier weit rausgekommen. Doch nicht. War ein Leck. Dubska kann sich vorne gut absetzen. Track limits hier ein bisschen von Luca. Jetzt aber. Der Flügel ist flach. Kann er jetzt angreifen? Andy hält noch sehr dagegen mit ERS. Das kann man gut erkennen, dass er hier nicht will, dass er überholt wird von Luca direkt schon. Das muss aber viel Batterie gekostet haben. Nochmal. Flügel gleich flach stellen. Letzte Runde haben wir jetzt angetreten. Ja. Flügel ist flach. ERS. Ist schwer. Da nochmal ranzukommen. Jetzt hier. Die letzten paar Kurven. Kommt hier bis auf den Körb. Bisschen Rasen abbekommen. Andy nochmal ran an. Luca nochmal ran an. Andy in die letzten Kurve. Nein. Es sieht nicht danach aus. Keine. Strafen auch. Dubska auf P1. Und Andy auf P2. Und Luca auf P3. Somit haben wir hier die ersten Preisgelder und Preise verteilt. Glückwunsch an euch. Sehr geiles Rennen. Dubska vorne souverän weggefahren. Hier ein Kampf zwischen Andy und Luca ist ein bisschen. Aber es hat alles soweit clean funktioniert. Der arme Ben ist hinten ein bisschen hinterher gefahren. Ich weiß, was da los war. Am Start sofort schon ein bisschen zurückgeblieben. Wir gehen rein ins zweite P3-Rennen. Dario, Yeahboy, Dennis und Dortmund-Fan treten hier gegeneinander an. Wer kann sich die Pole sichern? Wir werden es in wenigen Sekunden wissen. So, letzte Kurve jetzt hier. Dario, wie es aussieht. Auf der Pole. Oder tut sie noch was in der letzten Kurve? 1, 11, 8 von Dario. Keine schlechte Runde. Wir schauen rein ins Rennen. Slowakei-Tor. Oh. Ab geht es hier in Rennen Nummer 2. Dario auf der Pole. Die Lichter gehen aus. Hinten der Aston Martin. Kommt nicht so gut weg. Wir schauen von ihm ein bisschen hier drauf. Dennis hat hier alles im Blick vorne. Gut weggekommen die beiden vorne. Dario und Yeahboy. Wir gucken ein bisschen aus Dennis' Perspektive hier drauf. Wie sie sich hier vorne... Oh. Kommt weit raus der Dennis hier. Und vorne kommt Yeahboy jetzt hier ran an Dario. Yeahboy jetzt. Geht's auf die Gerade. Der ist noch nicht aktiviert. Windschatten zieht hier trotzdem ganz gut. Wenn man hier ein bisschen sich ranziehen kann. Alleine der Windschatten hier macht so viel aus. Er kann was schon überholen, wenn er es möchte. Will er aber noch gar nicht. Das ist geil. Ich hab sogar getippt, glaube ich, so andersrum. Oh. Yeahboy. Auf dem Curb. Der Curb ist echt generell hier. Solche Curbs bei Highspeed-Kurven oder generell, wenn man auf den Curb kommt, ist man da gerne am Wegrutschen. Jetzt aber trotzdem. Immer noch DRS. Dario muss jetzt hier trotzdem aufpassen. Yeahboy zieht ran. Yeahboy zieht ran. Nach außen. Außen rum. Beide gehen parallel in die erste Kurve rein. Dario vorbei. Dennis ist auch wieder dran. Der kann hiervon dann ein bisschen Profit schlagen, dass sich beide hier vorne bekämpfen. Viel Zeit verloren. Und wenn sie hier parallel reingehen. Das wird jetzt nochmal ein Dreierkampf hier vorne. Kann er jetzt hier überholen schon. Will er überholen. Das ist die Frage. Und er geht außen rum. Außen rum. Versucht das. Schafft es nicht ganz. Innenbahn jetzt natürlich erreicht. Dario außen. Wieder innen. Schafft es nicht. Hier vorbeizuziehen. Immer wieder natürlich. Wenn man außen und innen ist, hat man ein paar Vorteile. Aber dadurch, dass es so ausgeglichen ist von der Kurvenkonstellation hier, kann man immer wieder sich zurückkämpfen als voriger Fahrer. Wenn man davon ausüberholen wird, hat man am Ende dann die bessere Kurve, um sich hier zu verteidigen. Dennis ist auch wieder nah dran. Guckt ihr das an hier ein bisschen, was da vorne so passiert. Und dann beginnt auch schon die letzte Runde. Im letzten P3-Rennen. Das kann jetzt nochmal was werden. Können sie hier nochmal ranziehen. An Dario. Sechstehntel ist hier. Yeah, boy. Weg. Wir sehen jetzt, was der Flügel und der Windschatten machen kann. Zieht hier ran. Geht er wieder nach innen. Er geht nach innen. Diesmal. Diesmal innen. Das Manöver. Dario ist jetzt hier auf der Außenbahn. Genau andersrum gemacht. Das Overtake jetzt hier. War das taktisch smarter. Wir gucken. Von der Ego-Perspektive rein. Dario wieder sich verteidigen können. Aber smarter gemacht von Yeah, boy. Dann innen mal reinzustechen. Nochmal ran. Jetzt pushen. An Dario. Kommt er in den Windschatten ran? Zu kurze Gerade. Bis zur Start- und Zielinie. Dario holt sich den Sieg. Yeah, boy. Auf zwei. Und Dennis auf P3. Sehr, sehr starkes Racing. Immer wieder hin und her. Hart, aber fair. Genauso wollen wir das sehen. Viel Platz gelassen. Trotzdem nebeneinander in die ersten Kurve reingefahren. Die ersten drei Kurven immer wieder. Führungswechsel hier und da. Genauso wollen wir das sehen. Unfassbar stark gefahren an alle Fahrer hier auch. Im zweiten P3-Rennen. Wir sind angekommen. Beim ersten P2-Rennen. Drei Fahrer sind angetreten. Ein Fahrer ist nicht gekommen. Deswegen haben hier alle drei Fahrer schon mal sicher ihren Preis in der Tasche. Nur die Frage. Was bekommen sie jetzt? Der erste Platz kriegt 10 Euro. Der zweite 5 Euro. Und der dritte einen kostenlosen Sub auf meinen Nacken. Wer holt sich hier das Preisgeld ab? Und wer landet auf P3? Wird ein spannender Dreikampf hier. Ich bin gespannt, wer sich hier auch die Pole holen wird. Letzte Kurve. Wer holt sich die Pole? Lenny mit einer 1-11-4. Ab geht's hier. Ins erste P2-Rennen. Die Lichter gehen aus. Guter Start hier vom Ferrari. Von Storm of Kills. Kann direkt schon ein bisschen angreifen hier. In die erste Kurve rein. Wir schauen von außen drauf. Alle drei gehen parallel in die erste Kurve rein. Einer muss zurückziehen. Leichter Fehler von Speedy. Würde ich mir behaupten. Gucken wir uns nochmal später an. Was da jetzt genau passiert ist. Aber vorne. Lenny kann erstmal wegfahren. Storm of Kills hinterher. Erste Reaktion würde ich sagen, dass das ein Fehler von Speedy war, die Berührung. Gucken wir uns aber alles nochmal an. Fahrt trotzdem weiter. Da gab es leider eine Berührung jetzt. Die da alle ein bisschen betroffen haben. In der ersten Kurve. Sind sie da zu dritt reingegangen? Das war natürlich dann schwer, das zu managen. Müssen wir uns angucken, wie wir das dann handhaben. Wird natürlich schwer, jetzt mit Storm of Kills wieder ranzukämpfen an Lenny. Wenn er da vorne einfach so wegfahren kann. 2-5. Storm of Kills ist jetzt schwer hier ranzukommen. Das wird reinhauen. Fahrt trotzdem zu Ende. Strafen werden nach dem Rennen nochmal verteilt dann. Wir gucken drüber. Über den Start. Und werden das uns anschauen. Also fahrt so schnell es geht weiter. Vielleicht gibt es aber die eine oder andere Strafe. Die ihr dann rausfahren oder halt eben nicht rausfahren könnt oder müsst. Deswegen pusht trotzdem, als wäre es jetzt hier Kopf an Kopf. Wenn es eine 2 Sekunden Strafe geben sollte gegen Lenny zum Beispiel. Wäre das hier nochmal wichtig. Rauszukratzen. Aber wird schwer. Lenny auch jetzt nochmal mit ES rausballern. Wir gucken uns das alles nochmal an. George Russell hat gewonnen. Oh, Lenny dreht sich nochmal weg hier auf der Gerade. Sollte Lenny da eine 2 Sekunden Strafe bekommen, war das jetzt quasi dann dein Siegwegschmiss. Verlangsamte Geschwindigkeit. Und gucken uns das hier in Ruhe an. Was hier in der ersten Kurve passiert ist. Machen wir gleich Kasa. Kein Stress. Geht erstmal jetzt hier um den Vorfall in der ersten Kurve. Was da passiert ist. Alle 3 sind sie hier parallel in die erste Kurve reingegangen. Alleine das hätte schon nicht sein müssen. Dass ihr hier in der ersten Kurve alle angreift den Lenny. Dann natürlich hier Lenny auf der Ideallinie. Hier muss natürlich Storm of Kills zurückziehen. Aber auf der Innenseite hier Speedy. Er fährt hier außen Ideallinie Lenny. Na, aber er ist ja auf dem Kurve halt, ne? Also er kann doch nicht weiter weg theoretisch hier der Speedy. Der kann da auch nicht weiter rechts fahren. Ist halt die Frage, ob es sein musste, dass er hier schon ganz innen dann reinfährt, ne? Kann auch weiter rüber. Klar, da ist er auf dem Kurve drauf, ne? Wir gucken nochmal ein bisschen zurück. Hier ist halt Lenny echt ein bisschen vor Storm of Kills, weil der sich zurückzieht. Und Speedy zieht hier vorne ran. Ist das krass. Lenny kann die Kurve anders nehmen. Guckt mal genau. Lenny kann die Kurve... Lenny könnte natürlich jetzt hier ein bisschen weiter außen fahren, ne? Er macht auch hier jetzt natürlich die Kurve nach innen zu. Und Speedy hat keinen Platz, um da noch irgendwas zu machen. Lenny kann die Kurve nach innen zu machen. Boah. Wow, wow, wow. Das meinte ich nämlich damit, dass hier vielleicht sogar Lenny vorne das noch rausfahren muss. Er lässt Lenny keinen Platz. Er kann Speedy keinen Platz, ne? Speedy ist auf der Innenseite. Schick gerne ein, Lenny, deine Sicht mal vielleicht oder Dinge. Und gehen jetzt zu der Szene. Du siehst hier ja den roten Pfeil neben dir. Ah, uff. Uff. Boah. Klar, du sollst auch jetzt nicht hier um Welten außen rumfahren, ne? Oh. Ist das eine Situation hier? Er ist ganz außen, zieht aber dann natürlich hier rein. Man sieht, dass er hier ganz rot neben ihm ist bei der Kurve. Er macht hier nochmal die Bewegung, ne? Er macht hier nochmal die Rechtsbewegung. Hier macht er kurz auf. Hätte er hier aufgelassen ein bisschen. Hätte er den Platz gelassen, aber hier lenkt er nochmal rechts ein. Und dann kommt es zur Berührung. Da hat rechts keiner Platz. Diese Einlenkbewegung war es im Endeffekt. Der war halt auf der Innenseite. Du siehst ja hier, dass er hier ist rechts mit dem Pfeil. Dafür ist er ja da zum Glück. Da hättest du dann hier so ein bisschen lupfen hätten müssen. Hätt ein bisschen lupfen müssen, klar. Und einfach ein bisschen... Oh. Unfassbar. Warum macht ihr denn sowas in der ersten Kurve, Mann? Spinnt ihr? Allein so eine Situation. Dann entscheidet ihr. Dann entscheidet ihr, wer hier eine Strafe bekommt oder ob es eine... Ein Rennunfall war. Ja. So. Umfrage ist jetzt. Am Start. Was meint ihr, die hier Rennfahrung alle haben? War das zu viel von Speedy, die auf der Innenseite da rein zu gehen? Eben am Curb zu bleiben, erst nicht rausgedrängt wurde oder irgendwas? War das so wie von Lenny, dass er da zugemacht hat, die erste Kurve so als erster Platz? Oder war das einfach ein Rennunfall? Wir lassen es jetzt so, wie es dann am Ende war. 16 Leute sagen gerade, Lenny ist schuld, 6 Leute sagen Speedy die Strafe, 6 Leute sagen, es ist ein Rennunfall. Es sieht nach einer 2-Sekunden-Strafe für Lenny aus, was sehr, sehr bitter ist natürlich, weil er einfach auch am Ende des Rennens sein Wagen weggeschmissen hat. Das wäre ja gar nichts gewesen, Lenny, was ist da passiert? Das wäre ja gar kein Problem gewesen, die 2-Sekunden-Strafe jetzt hier. Hättest du jetzt nicht hier am Ende vom Rennen in der letzten Runde... Guck mal, hier sind die 2 Sekunden, hier sind die 2 Sekunden easy drin. Er wäre P1 geblieben, trotz dieser verhängenden Strafe jetzt hier. Dann aber, in der letzten Kurve kommt es dann hier auf Start und Ziel zu einem Dreher. Dreher, ich weiß nicht, warum der Dreher da kam. Hier ist er noch 2 Sekunden easy drin und dann auf einmal nach vorne fährt er zickzack, dreht sich über die Ziellinie und Storm of Kills ist 1-7 dran. Das war leider selber schuld, wenn er auf der Zielgeraden da nochmal irgendwie Schlenker macht, dann ist das leider auch ein bisschen Karma, wenn da die 2 Sekunden draufkommt. Tut mir leid, tut mir leid. Also, dass du dann auf der Zielgeraden hier 1-7 in Abstand doch noch rausgefahren hast, nur noch. Das war dann leider dein Verhängnis, um hier ein bisschen weniger Preis mitzunehmen, aber das ist jetzt dann leider so, dass du trotzdem immer was mitbekommst. Kriegst trotzdem hier noch deine 5 Euro, immerhin sind das keine 10 Euro dann, aber kriegst du noch die 5 Euro ausgezahlt. So, wir gehen jetzt weiter. Wir sind endlich in dem zweiten P2-Rennen drin, nach langer Videoanalyse von der strittigen Szene da am Anfang. Unfassbar, was da abging. Zu dritt sind sie die erste Kurve gegangen, da mussten wir viel drüber gucken und am Ende gab es eine Strafe für Lenny, der da dann vorne ein bisschen zu sehr die Kurve zugemacht hat. Wir haben jetzt zusammen entschieden als Stream, da haben alle abgestimmt, was da die richtige Entscheidung ist. Eine richtige Entscheidung gibt es nicht in dem Moment, deswegen alle werden immer wieder sagen, ey, der ist doch eindeutig schuld, der ist eindeutig schuld oder Rennunfall. Deswegen, alles recht zu machen geht eh nicht, deswegen haben wir jetzt hier die Mehrheit entscheiden lassen und somit ist das Ding auch durch. Somit geht es jetzt hier in das zweite P2-Rennen, hoffentlich ohne Komplikationen, nicht mit drei Fahrern hier in der ersten Kurve direkt. Dann wird das hier auf jeden Fall ein geileres Rennen als eben, wo es dann durch diesen Knall natürlich auseinandergezogen wurde. Und wir schauen jetzt rein, wer hier auf die Pole kommt. Letzte Kurve steht hier auch schon an. Max, YouTube, so wie es aussieht auf der Pole, 1-11-3. Sehr starke Runde hier gefahren, genauso muss das sein. Auf geht's, die Lichter gehen aus im zweiten P2-Rennen. Vorne Max auf der Pole, Phil neben ihm. Wir gucken auf den Start. Wir gehen aus Jonis Perspektive hier mal drauf. Gucken uns das an und gehen dann jetzt wieder auf die Außenperspektive gleich drauf. Erstmal von hier drinnen nochmal gucken, sieht man manchmal ein bisschen mehr an die ganzen Aktionen. Und jetzt hier vorne wird es enger zwischen Max und Phil. Phil hat die Führung übernommen im Ferrari. Kann Max hier nochmal angreifen jetzt hier in dieser Kurve. Wir schauen innen rauf. Max lässt hier genug Platz. Wird hier von Phil ein bisschen gedrängt. Alles noch in Ordnung. Genug Platz lassen, Leute. Denkt dran, nicht hier irgendwie von der Strecke drängen. Das müssen wir uns anschauen. Das, da müssen wir abbrechen, oder? Abbruch. Also was war da jetzt los? Wieder drei Stunden VR. Leute. Jetzt haben wir hier ein bisschen... Gleich die Situation, glaube ich, ne? Hier ist noch alles in Ordnung. Da kam es jetzt, glaube ich, langsam zum Problem, ne? Aus Phil's Sicht. Oh, das ist nicht Phil's Schuld. Das ist nicht Phil's Schuld. Der wird von hinten angedrängt hier. Hier gab es eine kleine Berührung, ne? Am Anfang. Hier. Boah, aber Phil ist auch hier ganz eng, ne? Mit dem Platz. Oh. Hier der Touch haut dann ein bisschen hier den Max nach außen. Boah. Boah, 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 boah. Ist restarted. Ja, wir müssen gucken, ob ich mal irgendeine Gritchstrafe bekomme, vielleicht. Ja, das glaube ich... Er muss halt hier verlangsamen, der Phil, und dann kommt hier First da hinten dran, toucht ihn ein bisschen, wir machen restart jetzt direkt. Komm. So, nächster Start hier, nach dem Restart geht's hier rein, ins zweite P2-Rennen. Lange Lichter, jetzt gehen sie aus. Alle kommen sie relativ gut weg hier. Wir schauen von Joni drauf. Von hinten haben wir hier alles im Blick. Gucken, dass wir hier alles beobachten können. Bitte hier, faires Racing. Halten sich gut hier zurück in der ersten Kurve. Keiner hier mit zu viel aufpassen. Platz lassen. Oh, 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 oh. Ganz, ganz knapp, Joni. Fast ins Sandwich gekommen. Er hat jetzt fast wieder gekracht. Gut reagiert, er wird jetzt zurückgezogen. So muss man das hier machen. Das Rennen geht länger als die erste Runde. Das ist wichtig. Aber hier vielleicht jetzt. Max lädt die Batterie auf, sehen wir gerade am Blinken. Deswegen hat hier Phil sehr viel Überschuss. Kann hier innen reingehen, in der Kurve. Schafft es hier reinzugehen und... Max muss hier in die nächste Kurve reingehen. Oh, 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 oh. Beide parallel gut reagiert von beiden hier. D-R-S. Und kann jetzt hier vielleicht wieder angreifen auf Max. Greift das an. Geht rein in die Kurve. Clean überholt. Wir gehen rüber. Zu Max. First Try und Joni im Schlepptau hinten. Bisschen Abstand mit sieben Zehntel haben sie. Oh, 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 Dreher von Phil. Max tritt ja auch durch ein bisschen. Die Chance für First Try. Oh, oh, Max. Das war schwer. Das war so ganz, ganz, ganz knapp. Jetzt geht es hier rein. Auf der Geraden. Phil hat kein... D-R-S. Wow, 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 wow. Hilfe. Joni schaltet sich auch noch mal ein hier hinten. Joni im Schlepptau. Ich schaue nach Joni es nicht hier drauf. Alle sehen wir dann hier vorne. Hilfe ist das ein Rennen. Kann hier jetzt Phil vorne angreifen? Will er angreifen, ist die Frage. Hier, den Max auf Start und Ziel. Letzte Runde beginnt. Wir schauen von außen drauf. Ferrari außen rum um Max. Kommt ganz, ganz problemlos dran vorbei. Flach gestellt. Phil verteidigt sich mit EAS. Geht auf die Innenseite. Gutes Manöver. Max hier außen. Hat noch genug Platz. Dreht sich ein bisschen. Muss aufpassen, dass hinten keiner kommt. Muss aber jetzt auch noch versuchen zu attackieren. Leichter quersteher wieder hier. Die Kurven sind echt schwer. Mit sehr, sehr viel Speed zu fahren. Jetzt geht es hier auf die Start- und Zielgerade. Kommt nochmal nah ran. An Phil. Foto-Finish. Man hat nicht ganz gesehen. Aber war das krass. Und Kalter Hut hat Werbepause. Scheiße. Boah. Phil hat die vorbeigelassen. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Hei, 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 hei. Max auf 1. Phil auf 2. First Try auf 3. Sehr, sehr, sehr lieb, Phil. Boah. Hilfe. Wir gehen rein. Ins erste große finale P1-Rennen. Die Sieger der gestrigen Rennen fahren jetzt hier gegeneinander in zwei Rennen. Hier das erste mit Max, Raptus, Wien und Seli. Mal schauen, wer sich die Pole holen kann. Und dann hoffen wir auf ein cleanes, geiles Rennen hier. Um das größte Preisgeld, was wir hier ausschenken können an diesem Wochenende. Raptus auf der Pole Position. Auf geht's. Ins erste finale P1-Rennen. Die Lichter gehen aus. Guter Start hier für Max. Doch ein bisschen Wheelspin. Wir schauen von hinten drauf. Wiengang hat ja alles im Blick. Seli ganz, ganz eng. Alle drei hier beieinander. Wow, 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 wow. Gut eingeordnet. Alle behalten sich hier ihre Wagen unter Kontrolle. Seli hier außen jetzt vorbei an Max. Schafft sie den Overtake? Nicht ganz. Wir gucken von außen drauf. Seli außen, Max innenseite. Beide Ferraris hier, Rad an Rad. Leichte Berührung. Seli muss zurückstecken hinter Max. Genauso macht man das hier. Dass man da nicht nebeneinander bleibt. Ansonsten ist der Kerb nämlich genau der Feind und haut einen hier gegen den anderen Fahrer drauf. Zu zweit durch die Kurve fahren mit Vollspeed ist keine gute Idee. Seli aber jetzt. Nächster Angriff hier in der Kurve. Geht in rein. Außen Max. Lässt genug Platz. Wunderschönes Overhobe-Manöver hier. Genauso macht man das hier als fairer Fahrer. So sieht das aus, wenn die Leute hier das richtig unter Kontrolle haben. Sehr, sehr stark. Geile Manöver hier. Seli auf Platz 2 gefahren. Raptus vorne. Aber nicht weit weg. Seli hier im Windschatten. Kann schon rankommen. Kann hier auch schon. Überhofft man über außen rum. Setzen. Raptus verteidigt sich auf der Innenseite. Gut rausgezogen. Seli auf der Innenseite. Außenseite. Immer wieder versucht sie hier. Innen wieder reinzustechen jetzt hier. Ist das ne Fight bisher? Hab immer schon sie gesagt. Und dann hat keiner was gesagt. Dann dachte ich, das ist richtig. Oh, Seli wird hier überholt. Hat einen Fehler gemacht. Wird hier vorbei überholt. Ich kann hier nicht richtig gucken. Wien. Wien dreht sich. Da gab es eine Berührung. Wir gucken jetzt wieder hier bei Seli rein. Flügel ist offen. Setzt hier zum Oberhobe-Manöver an. Ist vorbei an Max. Max hinter Seli ganz ganz nah. Seli wieder auf P2. Macht hier den Flügel. Aufzieht vorbei an Raptus. Kann Max auch noch rankommen? Nein. Raptus gliedert sich hier hinter Seli auf P2 ein. Und wir schauen von Raptus ein bisschen drauf. Ob man hier dranbleiben kann mit DRS gleich. Sektor ist gerade noch bekommen. Flügel kann er noch flachstellen, der Raptus. Jetzt ist es wichtig dran zu bleiben. Seli zieht vorne weg aus dem DRS-Fenster. Gleich kein DRS mehr, wie es aussieht. Ganz knapp. Vielleicht doch. Hat es gereicht. Da war der Messpunkt, oder? Er hat es geschafft. Ganz, ganz knapp. Millimeters Entscheidung. Mit dem Messpunkt da. Die Linie war gerade so noch da. Man sieht, Seli ist echt am Laden vorne. Hat dafür viel rausgehauen, dass er da eigentlich kein DRS bekommt, der Raptus. Hat er aber ganz, ganz knapp geschafft. Was? Raptus hinter Seli auf P2. Wenn sie nichts mehr hier tut, sollte das der Sieg für Seli sein. Raptus somit auf P2 und Max auf Platz Nummero 3. Wien kommt in den Lostopf rein für den Trostpreis. Trotzdem sehr starkes Rennen. Unfassbar. Seli immer nach hinten. Bist kurz durchgereicht. Dann wieder vorne gefahren. Sau, sau, starkes Rennen. Wir sind im letzten P1-Rennen. Zwei Fahrer sind nicht erschienen jetzt hier einfach. Konnten nicht kommen. Keine Ahnung. Keiner hat sich dann gemeldet nochmal irgendwie. Deswegen haben wir nur Fabian und Fixateur Zielfinale von den vier Fahrern eigentlich, die hier teilnehmen sollten. Deswegen haben wir ein 1 gegen 1 jetzt hier um Platz 1 mit 15 Euro und Platz 2 mit 10 Euro. Die hier ausgeschüttet werden an die beiden Kandidaten. Wer holt sie in die Pole? Fabian fährt hier ran mit einer 1, 11, 5. Gar nicht mal so knapp. Wir gehen rein ins letzte P1-Rennen. Das große Finale zwischen Fabian und Fixateur. Fabian auf der Pole. Lange Lichter. Sie gehen aus. Guter Start von Fixateur hier. Kann hier fast schon angreifen. In die erste Kurve rein. Fabian zieht auch nochmal weg. Setzt hier wahrscheinlich viel ERS ein, um vorne wegzuziehen. Fixateur hinten dran. Wir schauen mal, ob er hier nochmal irgendwie rankommen kann. Beim Video jetzt hier schneiden wir zu der Szene, ob er dran ist oder nicht. Seht ihr jetzt gleich nach dem nächsten Cut. Fixateur ist hier auf 6, 7 Zehntel dran. Es wird nochmal spannend. Wir gucken jetzt hier. Er ist im DRS-Fenster theoretisch drin, wenn er hier die nächsten Kurven gut hinbekommt. Und kann vielleicht gleich nochmal angreifen hier den Fabian. Fabian leichter Skirksträer hier. Ganz, ganz nah dran jetzt hier Fixateur. Am Heck von Fabian. Jetzt ist der Flügel steil. Kann er hier überholen. Fixateur zieht innen. Außen vorbei. Schafft es nicht. Schafft es noch nicht. Beide parallel. Innen jetzt Fixateur. Ist vorbei. An Fabian. An O-Leichtberührung. Alles noch in Ordnung. Fabian. Beide Rad an Rad hier gehen in die erste Kurve nochmal rein. Vorletzte Runde steht an. Hohohoho. Wir sehen natürlich die DRS-Stände hier. Die Batterie. Bei beiden. Fabian ganz nah an Fixateur dran. Wir können unten auf dem Display ein bisschen erkennen, wie die Batterie geladen ist bei den beiden. Und das könnte noch spannend werden. Wenn ihr das gerade erhascht habt ein bisschen, bin ich da mal gespannt. Die letzte Runde hier im großen Finale. Das 1 gegen 1 zwischen Fabian und Fixateur. Fabian greift an. Zieht vorbei. Auf der langen Geraden. Der Flügel ist auf. ERS wird rausgeballert. Und Fixateur muss jetzt hier dranbleiben in der letzten Runde, um vielleicht nochmal attackieren zu können. Fabian dreht jetzt auf. 7 Zehntel weg. 8 Zehntel jetzt nochmal. Alles geben, Fixateur. Alles raus von der Batterie. Du kannst hier nichts verlieren, auch wenn du dich drehen solltest. Dann bist du trotzdem auf P2. Hier ranfahren an Fabian. Alles nochmal in den letzten Kurven hier raushauen, was ihr gespart habt. An ERS. 3, 4 Zehntel. Abstand zu Fabian. Leichter Quersteher. Kostet eben hier wieder ein bisschen Zeit. Auf Fabian vorne auf P1. Letzte Kurve. Nochmal alles raushauen. Aber Fabian holt sich hier den Sieg. und Fixateur auf P2. Also 15 Euro an Fabian und 10 Euro an Fixateur auf P2. Ich verabschiede mich hier aus diesem Video. Lasst gern Abo und Like dafür. Auch die ganzen VAR-Aktionen hier. Den Rennabbruch und so weiter. Viel Chaos. Aber auch unterhaltsam natürlich hier, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir nächstes Mal beim nächsten Turnier, wo ihr dabei sein könnt, immer gerne dabei sein hier auf Twitch. Wir fahren viel Formel 1, auch bald Turniere wieder in Formel 1. Also gern vorbeischauen im Stream auf Twitch. Ansonsten lasst gern Abo und Like. Dann bis zum nächsten Mal. Schreibt mir mal in die Kommentare zu den ganzen Vorfällen. Wir hören uns dann. Und tschüss.